Musik Geht er in die Deckung? Ja, muss er. Oh, was für eine Parade! Klasse Parade von Nagelgren! Das muss zwei Minuten für Schneider geben. Er nimmt den Ball mit. Er bekommt die rote Karte. Das ist aber viel zu hart. Und die geben noch sieben Meter. Also, das gibt eine neue Regelung. Aber die kann man nicht so auslegen. Nein! Das ist... Oh! Und dass für diese zwei Schritte, die Tim Schneider weitergeht mit dem Ball, das können sie nicht machen. Die Sirene soll nicht durch. Jetzt geht's ab! Untertitelung des ZDF für Neuen